hey leute dazu kommen ich bin's für elias und zwischen weiteres video für euch und zwar geht es in diesem video darum wie groß die gta 5 in der realität wer ich persönlich wollte auf jeden fall schon immer wissen wie groß die gta 5 im vergleich zu richtigen städten auf der welt ist wie zum beispiel berlin ich bin mir ziemlich sicher viele von euch wollen das auch wissen und deswegen zeige ich euch das eben in diesem video das handelt sich um städte die auf der ganzen welt verteilt sind wie zum beispiel new york oder wie schon gesagt berlin oder auch zum beispiel rom das ganze habe ich übrigens in einem forum namens reddit gefunden falls euch das ganze selber anschauen wollt dann schaut auf jeden fall in die video beschreibung denn dort könnt ihr den link zu diesem post finden hier ist eben ein beispiel links an der küste könnt ihr zum beispiel barcelona aus spanien finden und rechts eben die gta 5 map und jetzt könnt ihr euch eben ungefähr vorstellen wie groß die gta 5 in echt wäre wie schon gesagt ich habe natürlich mehrere städte für euch am start aber währenddessen werde ich eben eine fresse halten also falls euch das video gefallen sollte dann wisst was sie was sie tun müssen das war's bei mir ich bin mir weg ciao haut rein bis zum beispiel Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.